Musik Hallo alle zusammen, das ist Live German und ich bin Antje Tomaszewska. Ich starte eine neue Rubrik Deutsch für Musiker und heute lernen wir einige Musikinstrumente und zwar Seideninstrumente. Also los geht's! Deutsch für Musiker Musikinstrumente Teil 1 Seiteninstrumente Man unterscheidet folgende Musikinstrumente. Seiteninstrumente, Blasinstrumente, Schlaginstrumente, Tasteninstrumente. Seiteninstrumente sind in Streichinstrumente und Zupfinstrumente unterteilt. Streichinstrumente Die Geige Die Violine Die Bratche Die Viola Das Violoncello Der Kontrabass Die Banhu Die Gadulka Die Dreheleier Die Radleier Radleier Die Isradsch Die Hadangerfidel Die Hadangerfidel Die Sarangi Die Sarinda Die Sarinda Die Gusle Zupfinstrumente Die Gitarre Die Gitarre Die Gitarre Die Gitarre Die Ukulele Das Spancho Die Mandoline Die Mandoline Die Balalaika Die Zista Die Biva Die Buzuki Die Hafe Die Hafe Die Gussli Die Laute Die Lura Die Lura Die Arenas Die Gitarre Die Gitarre Die Gitarre Die Gitarre Die провод Vielen Dank.